Wie verbringt ihr dieses Jahr Weihnachten und neues Jahr? Wie feiert ihr rein? Also der Yannick, der... Genau, also wir fahren beide nach Hause. Ich fahre nach Hamburg zu meinen Eltern und verbringe mit meinen Brüdern und meinen Nichten Weihnachten und feiere in Brasilien rein. Ja, und ich feiere in Dresden mit Familie und Silvester weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Und wo können die Fans euch nächstes Jahr sehen? Einfach irgendwo im ZDF, der Alte kommt wieder ab Mai, ein Privatkonzert kommt wieder und kaum zu glauben wird neu aufgezeichnet. Also irgendwann ab April, Mai immer mal einen Fernseher anmachen. Ich glaube ich laufe um den März herum ProSieben in neun Tage wach. Und die Diplomaten Teil 5 kommt raus im Herbst und eine Netflix-Serie Tribes of Europa. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch und viel Gesundheit. Danke. Ja, Gesundheit, genau. Tschüss. Das ist dein Finger da. Das ist dein Finger da. J Gott. Der Naamhl.